Finde in diesem Video heraus, welcher Schwingschleifer der beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Der Bosch PSM200AES Dieser Schwingschleifer bietet dir eine vielseitige Basis für deine Schleifarbeiten. Mit seiner Delta-Schleifplatte, die durch ihre Dreiecksform besonders für Ecken oder schmale, schwer erreichbare Stellen geeignet ist, kannst du präzise arbeiten. Zusätzlich erhältst du eine zweite rechteckige Schleifplatte, die sich ideal für größere Flächen eignet. Laut Bosch ermöglicht dies einen individuellen Einsatz auf verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff, Metall, Spachtelmasse und lackierten Flächen. Neben dem Schleifen kannst du mit dem PSM200 auch polieren. Mit einer Spitzenleistung von 200 Watt und einem 1,8 mm Schwingkreis bietet der Schwingschleifer eine robuste Performance. Für Weichhölzer oder andere weiche bzw. leicht zerstörbare Werkstoffe kannst du die Drehzahl stufenlos vorwählen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bosch PSM200 durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die beiden mitgelieferten Schleifplatten eine flexible Wahl für unterschiedliche Schleifarbeiten darstellt. Die stufenlose Drehzahlvorwahl und die effiziente Staubabsaugung durch die Mikrofilterbox tragen zu einer benutzerfreundlichen und sauberen Arbeitsumgebung bei. Mit dem mitgelieferten Bosch Koffer ist zudem eine sichere Aufbewahrung und ein einfacher Transport gewährleistet, was den Schwingschleifer zu einem praktischen Werkzeug für Heimwerker macht. Der Black & Decker KA2000 Maus Dieser Schwingschleifer von Black & Decker ist ideal zum Schleifen verschiedener Oberflächen. Du kannst mit ihm aber auch Reinigungs- und Polierarbeiten durchführen sowie Lacke und Farben entfernen. Selbst für die Entrostung von Metall sind die 28.000 Schwingungen pro Minute im Leerlauf geeignet. Das Modell bringt eine Aufnahmeleistung von 120 Watt und einen Schwingkreis von 2 mm mit. Ein besonderes Feature ist der Fingerschleiferaufsatz, der an der Spitze des Deltas angebracht wird. Er ist deutlich dünner und länger als die Spitze der Schleifplatte und ermöglicht dir die Bearbeitung von schwer erreichbaren Stellen oder Unebenheiten. Selbst kleine Rundungen lassen sich laut Hersteller auf diese Weise schleifen und es gibt im Handel weitere Konturaufsätze. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Black & Decker KA2000 Maus Schwingschleifer eine vielseitige und benutzerfreundliche Option für diverse Schleif-, Reinigungs- und Polierarbeiten bietet. Die zusätzlichen Aufsätze und die praktische Dreiecksform der Schleiffläche ermöglichen eine präzise Bearbeitung auch von schwer erreichbaren Stellen. Das komfortable Griffdesign und der integrierte Staubfangbehälter tragen zu einem angenehmen Arbeitserlebnis bei, während die mitgelieferten Schleifgitter und die Werkzeugtasche für einen sofortigen Start und eine einfache Aufbewahrung sorgen. Der Makita BO3711J Der Makita Schwingschleifer, ein vibrationsarmes Gerät, kommt mit einem kraftvollen 190 Watt Motor daher. Die Schleifplatte misst 92 x 185 mm und bietet dir eine einstellbare Motordrehzahl zwischen 4 und 11.000 Umdrehungen pro Minute. Mit seiner blau-schwarzen Farbe und dem ummantelten Handgriff liegt der Schwingschleifer angenehm in der Hand, während die elektronische Drehzahlvorwahl für zusätzlichen Komfort sorgt. Ein besonderes Merkmal dieses Geräts ist das Antivibrationssystem, das für ermüdungsfreies Arbeiten konzipiert ist, indem es die Vibration während der Nutzung minimiert. Der Wechsel der Schleifpapiere wird durch einen Spannhebel erleichtert, zudem ist der Schwingschleifer mit einer verstärkten Aluminiumgrundplatte ausgestattet, durch die eine effektive Staubabsorgung erfolgt. Im Zubehör findest du eine Staubbox und eine Lochungsplatte, die für eine saubere Arbeitsumgebung sorgt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Makita Schwingschleifer eine solide Wahl für alle ist, die nach einem leistungsstarken, benutzerfreundlichen und vibrationsarmen Gerät suchen. Die elektronische Drehzahlvorwahl, das Antivibrationssystem und die effektive Staubabsorgung sind Features, die das Arbeiten mit dem Schwingschleifer angenehm und effizient gestalten. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt.